Ich lerne Deutsch. Nummer 9233 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Erzieherinnen werden nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bezahlt. Erzieherinnen werden nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bezahlt. Woher hast du das technische Wissen, das du brauchst, um diese Dinge zu reparieren? Woher hast du das technische Wissen, das du brauchst, um diese Dinge zu reparieren? Die Ausbildung zum Flugbegleiter dauert in der Regel zwischen 6 und 12 Monaten. Die Ausbildung zum Flugbegleiter dauert in der Regel zwischen 6 und 12 Monaten. Im Topf ist frisch gekochte Erbsensuppe. Kleine Brotscheiben liegen in einer weißen Schüssel. Im Topf ist frisch gekochte Erbsensuppe. Kleine Brotscheiben liegen in einer weißen Schüssel. Das Geschenk des Lebens ist ein Geschenk, das man jeden Tag wertschätzen sollte. Sie ist eine der fähigsten Ärztinnen auf dem Gebiet der Chirurgie. Warum hat er mich jetzt wieder angerufen? Warum hat er mich jetzt wieder angerufen? Ich möchte in Ruhe Fahrrad fahren. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich möchte in Ruhe Fahrrad fahren. Ich möchte in Ruhe Fahrrad fahren. Ich möchte in Ruhe Fahrrad fahren.